Während Sie da jetzt auf den Kinofilm warten, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass am 17., am Donnerstag, 17. April, einen Stock höher, wo wir jetzt sind, diese Ausstellung eröffnet wird, Tango, mit sechs sensationellen Illustratoren, Illustratorinnen aus Berlin, Hamburg und Leipzig. Und ich werde Ihnen jetzt ein bisschen was über die Ausstellung eröffnen. Untertitelung des ZDF, 2020